Die Tür ist eigentlich kaputt. Die Tür ist einfach kaputt. Das ist ein Saizaufzug. Das ist eine durchstöße Musik. Aber es steht gar nicht. Keine Sorge. Und Leute, ich halte der Bestie alle Ansagen auf den Aufzug von den Tusescope Destination und ja. Oh, ich bin ja gut. Was ist ja auch das Sensor von heute? Ich bin ja schon, das Klaut hier ist, das Klaut. Soll ich jetzt noch ein bisschen durchkucken und dann bitte nicht auftun, dass das Gras an der Stecken bleibt, dass das Grasgeräuschen das richtig feststecken bleibt, das wäre besser nicht. Die Hand ist gut. Ich bin in der Dreifahrstraße 28. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Das kann man schon ausprobieren, aber genau an dieser Türsteuerung ist. Da soll der Aufzug stehen, dass man ihn retten kann, falls man stecken bleibt. Ich will es hier nicht machen. Besser nicht. Wenn ich hier diese Türsteuerung mal zeige. Wenn ich hier diese Tür steuere, wenn ich hier diese Tür steuere, dann dieses Depot hinfährt. Wenn ich hier dieses Ding. Sonst wenn ich hier da, soll der Aufzug stehen, damit man ihn retten kann. Sonst wenn man zwischen der Wand steht. Zum Beispiel, wenn bei mir passiert, dass die Tür zu war. Und es kann auch passieren, dass die Tür zu bleibt, dass man mich aufschieben kann. Dann hat man Pech nicht. Tschau und wir sind hier im Elevator-Fan.